Willkommen in Sarenal, sagte sie sich und bestellte eine runde Sangria. Ihr Einstand war nach der Pina Colada mehr als fällig und vorsichtshalber eine Flasche Mineralwasser. Und zudem eine Salami-Pizza mit Piperoni extra scharf. Extra scharf, wiederholte der Kellner auf Deutsch. Wie, wie, mi lady. Clara lächelte und die anderen nickten ihr zu. Na also, je doch, sagte Lizzie und Britta meinte, Ich hab mir schon gedacht, dass du aus Köln küsst. Effe so eine richtige rheinländische Frau. Na, du bist nicht. Lass nur, sagte Clara und pochte mit dem Zeigefinger auf die Tischplatte. Gleich trinken wir auf Köln und auf euch. Seid ihr eine mallorquinische Zufallsbekanntschaft oder auch in Deutschland zusammen? Wir sind das vierblättrige Kleeblatt, sagte Britta. Eine für alle, alle für eine. Das hat uns schon oft geholfen. Vierblättriges Kleeblatt? Fragte Clara und verzog kurz das Gesicht. Das erinnert mich an etwas. Jetzt brauche ich wirklich einen.